Ne, das geht's, kann doch nicht sein. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Herzlich willkommen zu einem kleinen Glitch, wenn man das so sagen darf. Aber ich finde einfach, dieser Glitch ist ja wirklich mal harmlos. Weil, nun ja, wenn man so ein Glitch zeigt, dann dauert es nicht lange, bis Rockstar diesen Glitch beseitigt. Ja, ich befinde mich jetzt hier gerade auf der Map und mir hat ein Freund namens Milch diesen Glitch gezeigt, der wirklich geil ist. Ihr geht einfach da rauf, jetzt passt mal auf, seid hier auf der Karte, befinde mich jetzt hier auf diesem Parkhaus, auf diesem Deck, ich glaube zweite Etage. Geht da rein, fliegt da durch und könnt nun jetzt durch die Hölle fliegen. Und wenn ihr jetzt noch ein Fallschirm habt, dann könnt ihr schön mit dem Fallschirm da durch, äh, ja, durchfliegen, wenn ihr wollt. Also ein bisschen, ein bisschen vor allem springen unter der Erde, finde ich eine coole Sache. Und ja, das ist der kleine Glitch, könnt ihr gerne nachmachen. Habt ihr vergessen, wo es war? Ist doch kein Problem, hier war's. Hau rein, ciao! Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3.